Wir, die BfB, Bestmedia GmbH, sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um ihre lokale Werbung in Berlin geht. Und das seit 1925. Denn ein Jahr zuvor brachte mein Urgroßvater Max Rieseproth die Idee eines Branchenbuches mit nach Berlin. Ein Jahr später erschien das erste kommerzielle Branchenbuch für Groß-Berlin und die Provinz Brandenburg. Wir geben die gelben Seiten klassisch in der Buchform heraus, als CD-ROM, natürlich auch im Internet unter www.gelbesaiten.de und auch mit mobilen Anwendungen. Und da wir wissen, der Berliner liebt seinen Kiez, haben wir dafür kompakt das Stadtteil Branchenmagazin. Das erscheint unterdessen in zehn Berliner Bezirken und informiert den Verbraucher im Kiez. Wir betreiben aktives Suchmaschinenmarketing, wir arbeiten mit suchen.de zusammen und sind ihr kompetenter Ansprechpartner für Online-Werbung. Kurzum, wir sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um lokale Werbung in Berlin geht.